Musik Den ganzen Tag stehen die Astianax Leopoldi in der Strömung, immer bereit, einem vorbeitreibenden Nahrungsteilchen hinterher zu jagen und es zu schnappen. Mit ihren leuchtenden Laternchen glänzen sie im Licht der Sonne. Schauen Sie, hier ist wirklich eine starke Strömung. Die nur maximal 6 cm großen Fische leisten eine ganze Menge, wenn sie dagegen anschwimmen. Und das ununterbrochen, stundenlang. Musik 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 Vielen Dank.